Moin! Willkommen an der Bahnstrecke von Leipzig nach Chemnitz in Großpösner. Auf dieser Strecke kann man noch regelmäßig lockbespannte Wendezüge beobachten, mit den Dieselloks der Baureihe 223, auch bekannt unter dem Namen Herkules. Die Züge fahren als Regionalexpresslinie RE6. Sie werden betrieben von der mitteldeutschen Regiobahn. Ende 2023 wird das voraussichtlich Geschichte sein. Dann sollen hier Triebwagen des Typs Alstom Coradia Continental fahren. Sie werden ähnlich aussehen wie diese hier. Zusätzlich werden sie mit Hochleistungsbatterien ausgestattet, für den Einsatz auf dieser nicht elektrifizierten Strecke. In Großpösner gibt es noch einen zweiten Haltepunkt. Er heißt Oberholz und hier gibt es eine kleine Sammlung von Gegenständen aus der Welt der Eisenbahn. Man kann sehen, dass es hier einmal einen zweiten Bahnsteig gegeben haben muss. Die RE6 halten an diesen Haltepunkten nicht. Sie fahren in der Regel nonstop von Leipzig bis Bad Lausick. Auch dies ist ein RE6. Einer der eingesetzten Züge wird oft aus zwei Triebwagen lindgebildet. Einer der Untertitelung des ZDF, 2020 Damit verlassen wir den Haltepunkt Oberholz und gehen etwas weiter, zum Bahnübergang am Langen Weg. Auf der Strecke verkehren nicht nur die RE, sondern auch die Regionalbahnen RB 113 zwischen Leipzig und Gaithain. Sie halten bei Bedarf in Oberholz. Bei dieser RB wollte offensichtlich niemand ein- oder aussteigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch 500 Meter weiter in Richtung Chemnitz liegt der Bahnübergang an der Straße Waldsiedlung. Eine RB 113 fährt in Richtung Gaithain. Nördlich von Belgashain sehen wir diesen RE auf dem Weg nach Leipzig. In Belgashain bietet die Bahnsteigbrücke einen guten Überblick nach beiden Seiten. Zuerst sehen wir den RE aus zwei Triebwagen nach Chemnitz fahren, dann vom Bahnsteig aus einen Wendezug in Richtung Leipzig. Und jetzt kommt die Bahnsteig in Richtung Leipzig. Wir sind die Bahnsteig. Jetzt kommen die Bahnsteig. Und wenn ich das Beste anstange, Die Bahnsteig ist ein Wendezug in Richtung Leipzig. Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser Bahnübergang liegt zwischen Belgershain und Rohrbach. Bei Rohrbach führt die Strecke durch ein Wäldchen, unmittelbar am Großteich entlang. Untertitelung des ZDF, 2020 Südlich von Rohrbach liegt dieser Bahnübergang mit der ungewöhnlichen Vorampel auf der südlichen Seite. Der Bahnübergang selbst aktiviert sich ein paar Sekunden später. Trotzdem dürften diese beiden Autos eindeutig bei rot gefahren sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Brücke über die hintere Dorfstraße in Otterwisch sehen wir wieder den Triebwagen RE. Spätabends an der Bahnhofstraße in Otterwisch ist der RE schon in der Ferne zu hören, bevor sich der Bahnübergang schließt. Dann erst kommen die Spitzenlichter des Zuges in Sicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch in Otterwisch gab es früher eine Ladestraße und einen Güterschuppen. Dieser Bahnübergang liegt an der Kreisstraße nach Stockheim. Bei Lauterbach kreuzt die Bahnstrecke die Landstraße in einer weiten Kurve. Wir sehen ein RE nach Leipzig. Im Kurpark von Bad Lausig führt die Bahnstrecke auf dieser Brücke über den Steingrundbach. In Bad Lausig kreuzen sich die Regionalbahn nach Leipzig und der RE nach Chemnitz. Von der Brücke der Badstraße aus hat man einen guten Blick in beide Richtungen. Zuerst kommt die RB 113 an. In Bad Lausig kreuzen sich die Bahnstrecke auf die Bahnstrecke auf die Bahnstrecke auf die Bahnstrecke. Dazujen sich die Bahnstrecke auf die Bahnstrecke auf die Bahnstrecke auf die Bahnstreckeζ. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Für heute tschüss und bis zum nächsten Mal!